Hallo lieber Schütze und herzlich willkommen zu deiner Jahreslegung für das Jahr 2024. Ja ihr Lieben, es ist wieder soweit. Die Jahreslegungen stehen an und du kannst diese Legung schauen, falls du den Schützen im Sonnenzeichen, im Mond, im Aszendenten hast. Sonne, Mond oder Aszendent. Schütze ist jetzt hier genau richtig. Ich schaue zunächst mit dem Lenormand in das komplette Jahr. Das heißt, ich kann dir immer empfehlen, entweder dir Notizen zu machen oder diese Legung abzuspeichern, dass du sie im Laufe des Jahres nochmal wieder schauen kannst. Und wir schauen natürlich in jeden Lebensbereich rein. Wir schauen jetzt mit der großen Tafel, was bei dir abgeht zum Thema Beruf, Finanzen, Liebebeziehungen, die Energien, die um dich herumstehen. Huppala, was Themen sein werden für dich jetzt im neuen Jahr. Ich habe mich in diesem Jahr dazu entschieden, diese Legungen ein bisschen früher zu machen, aufgrund dessen, dass ansonsten tatsächlich der Dezember immer mega vollgepackt ist. Denn ich werde auch noch zusätzlich private Legungen anbieten, private Kartenlegungen für das Jahr 2024. Und wenn du daran Interesse hast, dann kannst du dich jetzt in meiner Telegruppe anmelden. Und der Link für die Telegram-Gruppe ist unter diesem Video in der Infobox. Denn dort werde ich ankündigen, wenn ich dann im Dezember die Legungen veröffentliche. Es wird nur eine kleine Anzahl sein an privaten Legungen, die ich da mache für das Jahr 2024. Wenn dich das also interessiert, dann geh doch am besten einmal in die Telegram-Gruppe. Denn dort, wie gesagt, werde ich es ankündigen, sobald die Legungen dann auf meiner Seite verfügbar sind. So, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So, dann lass uns mal reingehen. Ich lege erst einmal die Karten aus, bevor ich dann in die Tiefe der Deutung reingehe. So, und eben aufgrund dessen, dass ich normalerweise in den letzten Jahren, habe ich das immer gemacht, dass ich diese Legungen hier im Dezember angefangen habe. Und dann in Kombination mit den privaten Legungen, das ist einfach immer so mega krass stressig gewesen, dass ich mich jetzt in diesem Jahr eben dazu entschieden habe, das anders zu machen. So. Und dann schauen wir uns gleich die, oh, spannend, 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 Thematiken hier an. Und ich ziehe dir gleich mit dem Seelenreise-Tarot auch noch eine Hauptkarte für das Jahr, die so ein bisschen den Ton angibt. Und was wir dann noch machen, deswegen kann ich dir empfehlen, hol dir ein schönes Getränk, vielleicht ein bisschen was zum Snacken, denn wir gehen im Anschluss noch in die einzelnen Monate rein. Das heißt, wir schauen uns im Anschluss noch an, wie entwickeln sich denn die einzelnen Monate des Jahres. Also es ist schon wirklich eine große Legung hier. Insgesamt wird es pro Sternzeichen in der Regel mindestens eine Stunde dauern. Also um und bei eine Stunde. So, hier haben wir jetzt einmal das Lennermont. Ich nehme einmal das Seelenreise-Tarot für eine Hauptenergie. Ich kriege gerade tatsächlich die Botschaft, ihr seid die Ersten, mit denen ich jetzt anfange. Ich kriege die Botschaft, zwei Karten zu ziehen. Und zwar für eine Hauptenergie fürs erste Halbjahr und fürs zweite Halbjahr. Dann machen wir das mal genauso. Ja, Moment. Okay, eins. Da kommt auch schon die zweite. Okay, erste Halbjahr, zweite Halbjahr. Wow! Und zwei große Arcana-Karten. Ihr Lieben, ich habe hier in diesem Deck wirklich alle Karten. Hast ja gesehen, da ist der große Stapel gewesen und du hast zwei große Arcana-Karten. Das scheint für dich erstmal ein sehr intensives Jahr und sehr bedeutendes und sehr wichtiges Jahr zu sein. Insbesondere in der ersten Hälfte mit dem Wagen könnte es sein, dass du verreist oder umziehst oder grundsätzlich in einer Situation jetzt wirklich die Zügel hier in die Hand nimmst und dich in eine ganz bestimmte Richtung bewegst. Ich sehe dich in der ersten Jahreshälfte sehr erfolgreich. Ich sehe, dass du erfolgreich Fortschritte machst, dich weiter bewegst. Ich bekomme gerade auch rein, in der ersten Jahreshälfte, du entwickelst dich erfolgreich weiter. Du dürftest dich hier recht selbstbewusst fühlen oder siegessicher sein mit einer Sache, aufgrund dessen, dass der Wagen mir sagt, hey, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und dementsprechend nutzt du hier gerade in der ersten Jahreshälfte wirklich deine Willenskraft, deine Willensstärke, um wirklich Fortschritte zu machen in deinem Leben, vielleicht in einem bestimmten Lebensbereich oder in einer bestimmten Situation. Vielleicht hast du es hier auch mit einem Krebs zu tun. Der Wagen ist grundsätzlich dem Krebs zugeschrieben. In der zweiten Jahreshälfte kommen dann hier gewisse Umstrukturierungen. Der Turm kann natürlich zum einen bedeuten, dass irgendwas unerwartet und plötzlich kommt. Zum anderen könnte es sein, dass du jetzt die Realität einer Situation siehst. Ich möchte dir das einmal auf eine sehr normale Art und Weise ein Beispiel dafür geben, weil der Turm natürlich bei sehr vielen immer ein bisschen Panik auslöst. Aber das letzte Jahr, als ich in Deutschland gewohnt habe, 2017, saß ich plötzlich auf einer Geburtstagsparty und habe mich so umgeschaut und dachte, boah, irgendwie, das fühlt sich gar nicht alles so stimmig an. Ich habe andere Interessen. Ich würde gerne über andere Thematiken reden. Und ich habe mich irgendwie gefühlt, als ob ich in einem Leben bin, was nicht meins ist oder wo ich versucht habe, etwas aufzubauen, weil ich dachte, hey, das ist das, was ich doch eigentlich jetzt möchte. Und es hat sich aber herausgestellt, dass mich das nicht glücklich gemacht hat, dass mir was gefehlt hat. Und das sind ebenfalls Turmmomente, wo es dir plötzlich schallert und du plötzlich merkst, hey, irgendwie, wie bin ich denn jetzt hier gelandet? Das ist doch eigentlich gar nicht so mit mir in Übereinstimmung, wie ich vielleicht erhofft hatte, dass es ist. Das heißt, für den Turm kann es sein, dass du in der zweiten Jahreshälfte eine signifikante Realisierung hast, die dazu führt, dass sich gewisse Dinge verändern und umstrukturieren, umstrukturiert werden. Aber man muss natürlich auch sagen, es kann auch sein, dass hier von außen etwas kommt, dass etwas passiert, was erstmal zu einer großen Umstrukturierung kommt. Wir nehmen uns diese Karten gleich mit in die Monate rein, wenn wir dann in die einzelnen Monate gehen und schauen mal, wo wir diese Thematiken wiederfinden. Dann kann ich dir da auch noch ein bisschen tiefer was zu sagen. Ich möchte mir jetzt erstmal deine Karte anschauen. Du bist in den vier Corner-Karten, also in den vier Eck-Karten. Das heißt, was ich zum einen reinbekomme, ist, dass deine Aktionen im Jahr 2024 maßgeblich an einer Veränderung oder an den Geschehnissen, wie sagt man, du beeinflusst hier quasi sehr die Geschehnisse in deinem Leben und das sehe ich auch mit dem Wagen hier. Lass uns mal schauen, was so die Karten sind, die um dich herum sind. Wir haben die Vögel, den Storch, dann haben wir hier die Blumen. Im Erweiterten haben wir noch den Herren in Kombination mit dem Stern und dann natürlich hier die Karten, auf die du am Rand gespiegelt bist. Der Herr möchte ich einmal vorweg sagen. Grundsätzlich, das ist deine Karte, egal ob du Mann oder Frau bist. Das ist die Karte einer Person, mit der du es zu tun hast, egal ob Mann oder Frau. Dementsprechend diese Person ausradieren und die Person reinpacken, auf die das für dich zutrifft. Ob das ein Partner, Partnerin, Familienmitglied, Trainer, Chef, Coach, wer auch immer ist. Hier ist eine signifikante Person, die im kommenden Jahr eine Rolle für dich spielt. Wir sehen erst mal dich tatsächlich im Hause des Sarges. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass hier irgendeine Situation endet oder dass wir hier Trauer haben. Jetzt muss ich mal einmal ganz kurz schauen, wo haben wir das denn hier? Ja, okay, die Botschaften, die ich hier für dich bekomme. Und damit steigen wir natürlich jetzt erst mal in einer etwas schwierigeren Position ein. Ich sehe aber, da sind auch Karten, die dich hier unterstützen und das Ganze auch auflösen werden. Aber was ich erst mal sehen kann, ist, dass wir hier irgendeinen Stillstand haben. Irgendetwas, was du vielleicht beendest oder irgendwas, wo du sagst, ich komme hier irgendwie nicht weiter. Vielleicht fühlst du dich auch in gewissen Bereichen so ein bisschen blockiert und sagst, boah, irgendwie, es geht hier nicht weiter. Mir liegt auch gerade im Verborgenen, warum das hier nicht so wirklich weitergeht. Und wir sehen auch, dass da quasi eine Belastung drauf liegt. Diese Belastung, da kommen wir dann gleich noch zu. Oder beziehungsweise, nee, ich werde direkt reingeführt. Diese Belastung hier, wenn wir uns das mal anschauen, hier ist der Sarg, spiegelt sich auf das Kreuz. Im Hause des Kreuzes ist tatsächlich der Ring. Es gibt hier einen Vertrag oder eine Beziehung, die A, karmischer Natur ist und die B, in deinem Leben für Belastungen sorgt. Oder es gibt Belastungen innerhalb einer Beziehung. Das kann eben sein, aufgrund dessen, dass hier vielleicht etwas in einem Stillstand ist oder dass hier etwas beendet werden muss. Wenn ich das sage, dann heißt das nicht zwingend, dass die Beziehung beendet werden muss, sondern dass vielleicht innerhalb einer Beziehung etwas zu einem Abschluss kommt oder etwas beendet werden muss. Aber wir sehen erst mal hier, ich habe das Gefühl, okay, die Botschaften, die ich bekomme, Unklarheiten bezüglich Wachstum in einer Situation. Und dementsprechend haben wir hier eine gewisse Belastung. Wenn ich mir mal das Haus anschaue von deinen Beziehungen, haben wir auch hier den Storch, sorry, nicht den Storch, wir haben hier den Fuchs. Und der Fuchs sagt mir, dass es gefühlt irgendwas gibt in deiner Beziehung oder in einer signifikanten Beziehung, da bist du dir unsicher mit. Und du bist auch gespiegelt auf diese Unsicherheit. Der Fuchs ist, oder sagen wir mal so, der Fuchs ist sehr vorsichtig. Hier könnte es also was in deiner Beziehung geben, wo du sehr vorsichtig bist. Oder wo du ein bisschen misstrauisch vielleicht auch bist. Oder man könnte auch mit dem Fuchs sagen, dass man sich fragt, hey, ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Und das macht natürlich Sinn mit diesen Belastungen, die wir hier in einer Beziehung haben. Was ich aber ebenfalls sehen kann, und das ist das, was hier drumherum liegt, dass wir das Kind an der Seite des Ringes haben. Für manche von euch könnte hier eine neue Beziehung liegen. Neue Beziehung, neues Glück, welches über Umwege kommt. Gegebenenfalls ist ja auch eine Beziehung in der Ferne. Oder eine Beziehung zu jemandem, der aus der Ferne kommt. Und was ich hier aber sehe grundsätzlich ist dieser Neuanfang in einer Beziehung oder eine neue Beziehung, wo hier das Glück dann gefühlt über Umwege kommt. Der Klee ist für mich auch immer eine Chance, die gegeben wird. Hier ist quasi aufgrund des Aspektes, dass man sagt ja der Klee, das sind glückliche Zufälle, aber es fällt das zu, was fällig ist. Das ist für mich immer auch die geistige Welt, die uns eine Chance gibt. Deswegen haben wir absolut bezogen auf eine Beziehung, eine Chance auf einen Neuanfang. Es kann sein, dass das aber ein bisschen länger dauert, dass sich das ein bisschen hinzieht oder dass es da irgendwie Verzögerungen gibt oder Dinge einfach irgendwie ein bisschen länger dauern. Und die Schlange an sich sagt mir hier auch, ich weiß, wir sind jetzt direkt abgerutscht einmal in das Beziehungsthema, aber so wurde ich jetzt direkt reingeführt. Das heißt, das nehmen wir jetzt als erstes unter die Lupe. Was ich ganz spannend finde, also erstmal hier die Schlange sagt natürlich auch, es gibt ein paar Komplikationen und Umwege bezogen auf diese Partnerschaft. Dementsprechend macht es schon Sinn, den Fuchs hier auch zu sehen, weil man sich so ein bisschen fragt, ist das richtig, ist das falsch? Es kann sein, dass eine andere Person, das muss man mit der Schlange immer dazu sagen, es kann sein, dass hier vielleicht eine andere Person eine Rolle spielt. Die Schlange könnte eine Mutter, eine Schwester, eine Freundin sein, könnte eine Rivalin sein, welche hier auf irgendeine Art und Weise eine Rolle spielt. Spannenderweise muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe aber das Gefühl, dass normalerweise kriege ich das mit der Schlange nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass es hier entweder mit dieser Person eine Chance auf einen Neuanfang gibt. Also vielleicht mit einer Mutterfigur, mit einer Freundin oder einer Schwester haben wir hier eine Möglichkeit auf einen Neuanfang. Das wäre eine Möglichkeit oder dass diese Person auf irgendeine Art und Weise hilft und unterstützt, hier, sage ich mal, in einen Neuanfang zu gehen. Die Schlange ist auch in deinem Haus. Ich habe das Gefühl, es gibt etwas, das du begehrst, weil die Schlange natürlich auch für, wie sagt man, das Desire stehen kann. Was sagt man auf Deutsch? Desire ist das Begehren. Ich habe das Gefühl, hier ist eine Beziehung in deinem Leben, die du unbedingt haben möchtest, nach der du dich auf gewisse Art und Weise auch sehnst und wo du dich gefühlt nach einer neuen Chance hier sehnst. Für sehr viele, wie gesagt, diese Kombination an sich sagt mir, hier ist ein Neuanfang in einer Beziehung, aber es kann auch eben bedeuten, dass es hier eine neue Beziehung gibt. Ich sagte das ja gerade schon. Hier könnte eine signifikante Reise oder ein Umzug eine Rolle spielen innerhalb dieser Verbindung oder dieser Beziehung oder eben, wie ich schon sagte, eine Beziehung könnte hier auch, hier könnte eine gewisse Distanz sein oder eine gewisse Entfernung auch eine Rolle spielen innerhalb dieser Beziehung. Wenn ich mir den Ring jetzt noch einmal weiter anschaue, sehe, er ist gespiegelt auf den Mond und der Mond in Bezug auf den Ring. Hier sind tiefe Gefühle, aber es könnte auch sein, dass es in einer Beziehung ein Auf und Ab geht. Der Mond steht für Emotionen, mal sind sie da, mal sind sie nicht da. Also es könnte so ein bisschen holprig werden in dem Sinne, zwar sind hier tiefe Emotionen, tiefe Gefühle, vielleicht auch eine sehr spirituelle, telepathische Verbindung. Aber was man auch annehmen kann mit dem Mond ist, dass hier es hin und wieder so ein bisschen ein Auf und Ab ist innerhalb dieser Situation. Dementsprechend macht es auch Sinn, dass du dir dann gefühlt ein bisschen unsicher bist. Und wo du dir unsicher bist, ist gefühlt, was den Erfolg dieser Situation angeht oder ob das vorherbestimmt ist. Ich habe das Gefühl, du wirst dich fragen, okay, steht das in unserem Seelenplan? Soll das so sein? Ist diese Verbindung denn dazu bestimmt, dauerhaft, sage ich mal, zu funktionieren oder was steht im Seelenplan? Also ich habe das Gefühl, du bist hier so ein bisschen vorsichtig oder fragst dich, ob das das Schicksal dieser Situation, sage ich mal, ist. Was ich dann wiederum sehen kann, ist hier sehen wir die andere Person. Also da ist eine Verbindung zu dieser anderen Person. Wir haben hier auch die Liebe, die Herzensangelegenheit dran. Das heißt, für die meisten nehme ich wahr, dass das eine private Verbindung ist, eine Herzensverbindung, ob Freundschaft, Familie oder wirklich eine Liebesverbindung, eine romantische Verbindung. Wir sehen ebenfalls hier, da ist eine gewisse Loyalität, eine gewisse Treue, die du innerhalb dieser Verbindung zu der anderen Person spürst. Ich habe auch das Gefühl, die die andere Person auf gewisse Weise zu dir hat, aber mit dem Hund haben wir absolut auch diese Energie von Abhängigkeit. Für manche von euch könnte das auch eine freundschaftliche Verbindung sein, eine sehr, sehr tiefe Freundschaft, um die es hier geht. Aber wie gesagt, der Hund als Energie auch bezogen auf Beziehungen steht auch immer für eine gewisse Abhängigkeit. Also vielleicht spürst du hier, ist eine gewisse Abhängigkeit, weil du dich sehr nach dieser Verbindung sehnst. Genau. Wir haben den Reiter hier. Der Reiter ist sehr spannend, fällt natürlich einmal hier auf den Ring. Also es kommen hier zum einen Nachrichten rein. Ich habe das Gefühl, es könnte hier zu einem signifikanten Treffen oder einer signifikanten Nachricht kommen. Oder auch, Moment, Treffen, Nachricht. Genau, das ist im Prinzip das. Dinge mit, irgendwas geht es hier in die Aktion, bezogen auf diese Partnerschaft. Also Dinge bewegen sich hier schon auch weiter, wenn auch das vielleicht über Umwege gekommen ist. Wir sehen den Mann hier, den Reiter auch im Hause des Mannes. Das heißt, da können wir erahnen, dass hier, ich habe das Gefühl, es kommt eine Nachricht oder diese Person bewegt sich gefühlt auf dich zu. Wer auch immer das ist, vielleicht bewegt die Person sich über Umwege hier auf dich zu oder über eine andere Person auf dich zu. Wie auch immer, das Hauptding ist hier, dass der Klee, hier gibt es eine neue Chance bezogen auf diese Partnerschaft, Verbindung oder Beziehung. Und was auch hier sehr spannend ist, dass das Schiff, welches ja auch angeknüpft ist, an den Ring sich in die Liebe rein bewegt. Also es kann auch sein, dass eine freundschaftliche Verbindung sich jetzt in Richtung Liebe bewegt. Und das könnte natürlich auch das sein, was hier so wechselhaft ist, bezogen auf den Aspekt des Mondes. Nichtsdestotrotz, lass uns auch noch einmal hier zusammenfassen, im Hause dieser neuen Chance haben wir das Thema Belastung. Ich habe das Gefühl, es belastet dich diese, entweder, ich habe nicht das Gefühl, dass die Chance dich belastet, aber hier ist irgendwas, ich habe das Gefühl, diese Situation ist sehr schicksalhaft. Und ich kann mich noch wiederholen, das Thema könnte sein, dass du hier mit einer Person einen Seelenvertrag hast und auch eine karmische Lernaufgabe hast innerhalb dieser Situation. Lass uns einmal weitergehen. Ich möchte jetzt, weil wir gerade schon im Bereich Beziehungen sind, natürlich mir diese Person einmal weiter anschauen. Diese Person ist bei dir im Hause von Kummer und Sorgen. Also wir sehen da auch tatsächlich, dass du bezogen auf diese Person entweder Verlustängste hast oder dass dich irgendwas besorgt. Und wir sehen das hier tatsächlich, dass einmal diese Belastungen hier eine große Rolle spielen und diese Belastungen bezogen auf, oder dieses Karma an dir nagt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, auch gerade hier, der Bär, da ist wirklich eine starke Verbindung. Das könnte eine alte Verbindung sein hier. Also sprich wirklich jemand, den du auch aus einem vergangenen Leben kennst. Aber gefühlt, die Botschaft, die ich für dich bekomme, ist, dass diese Person deine Verlustängste triggert. Hier. Gerade auch, weil die Maus im Hause der Sehnsucht ist. Und dann haben wir hier das Schiff auch nochmal drunter. Entweder gibt es hier irgendwas zum Thema Distanz. Die Person könnte weiter weg sein, könnte in der Ferne sein. Oder, ja, genau. Das sind ebenfalls Möglichkeiten, die wir hier sehen. Die Person könnte sehr, grundsätzlich hier mit dem Buch nebenan, die Person könnte grundsätzlich in einer Führungsposition sein, könnte jemand sein, der sehr selbstständig ist oder als Lehrer arbeitet oder als Trainer, als Chef, als Coach. Jemand, der sehr großes Wissen hat. Jemand, der sehr dominant, vielleicht auch dominant ist oder stark ist oder, ja, eine gewisse Kraft ausstrahlt auf gewisse Art und Weise. Auch hier Schutzpatronen, also wie gesagt, Trainer, Chef, Coach etc. Jemand in Führungspositionen könnte hier tatsächlich sein. Jemand, der vielleicht sehr intelligent, sehr schlau ist, sehr belesen ist. Auch das wäre hier möglich, grundsätzlich erstmal. Was ich ganz spannend finde, ist, dass wir hier die Veränderung haben. Also, was sind so die Karten, die zwischen euch stehen? Zum einen wirklich diese kraftvolle Verbindung. Da ist auch der Bär im Haus der Liebe. Wir haben hier wirklich eine sehr starke Liebesverbindung. So, was wir auch haben, sind die Vögel. Und die Vögel können für so ein bisschen Chaos stehen. Chaos, Stress, Hektik, Nervosität. Und das ist auch etwas, was euch hier verbindet. Was dazwischen ist, ist tatsächlich, ich habe das Gefühl, hier ist eine überraschende Veränderung innerhalb dieser starken Verbindung. Diese Veränderung ist schicksalhaft, vorherbestimmt. Es könnte ein Angebot reinkommen, eine Entschuldigung reinkommen. Anerkennung, Wertschätzung, Dankbarkeit könnte hier ebenfalls reinkommen. Aber ich sehe auch, dass es hier etwas gibt, was insbesondere dir, du bist ein bisschen nervös, was das alles angeht. Und das, ja, genau. Vielleicht aufgrund dessen, dass Dinge irgendwie sich so verzögern oder so kompliziert sind. Diese Komplikationen könnten bei dir auf gewisse Art und Weise Stress auslösen. Lass uns einmal weiterschauen. Also wir haben den Stern dran. Hier ist etwas sehr, sehr schicksalhaft bezogen auf diese andere Person. Dann haben wir hier das Thema Veränderung. Die Person denkt auch über das Thema Veränderung nach. Und dann hier eben das Thema Angebot, Anerkennung. Wertschätzung, Dankbarkeit. So, es können hier noch Informationen liegen. Informationen liegen, die auch etwas zu tun haben mit einer Entscheidung. Also neues Wissen, irgendwas, was du dazu lernst, bezogen auf diese Person, ist auch wiederum sehr schicksalhaft und ist auf irgendeine Art und Weise Teil einer Entscheidung. Und das können wir auch daran sehen, dass hier, schau dir das mal an, hier liegt eine Entscheidung bezogen auf diese Person. Es gibt Unklarheiten bezogen auf diese Entscheidung. Was im Unklaren ist, ist einmal die Treue, die Loyalität oder das Thema Abhängigkeit, könnte hier auch zu Unklarheiten führen. Und was wir auch sehen, ist das Thema Veränderung hier. Sprich, wenn wir mit den Herren, man kann auch eine Frau für dich sein, einmal spiegeln, dann sehen wir tatsächlich, okay, hier gibt es mit dieser anderen Person eine Entscheidung, eine Entscheidung, eine Veränderung. Und auch das Thema Unbestände. Ich kriege, okay, ich kriege schon wieder diese Unbeständigkeit rein. Wow, das ist gerade wirklich intensiv. Hier sind Alternativen, Möglichkeiten und Optionen. Hier ist ein Wechsel, ein Wechselbad und hier sind Unsicherheiten. Also ich kriege auch nochmal rein, dass es mit dieser Person irgendwie wechselhaft ist. Heiter bis wolkig, also mal so, mal so, habe ich das Gefühl. Auch da, es könnten sich mögliche Optionen auftun. Vielleicht ist diese Person auch, hat diese Person andere Optionen oder du hast andere Optionen oder man redet über Alternativen und andere Optionen. Aber ich nehme es hier als sehr wechselhaft wahr und dass hier nochmal eine sehr schicksalhafte Veränderung reinkommt in diese Situation mit dieser Person. Wir haben hier tatsächlich die Entscheidung im Hause der Sense und die Sense ist im Hause der Vögel und die Vögel hast du nebenan. Dementsprechend haben wir hier Nervosität und Stress, entweder aufgrund eines Exes oder einer Ex oder wir haben Nervosität und Stress hier aufgrund dessen, dass etwas losgelassen, abgebrochen werden muss. Und da haben wir tatsächlich diese Entscheidung, also im Hause von Loslassen, Beenden, Abbrechen, Ende eines Wachstums, haben wir eine Entscheidung. Das heißt, auf gewisse Art und Weise habe ich das Gefühl, hier wird eine Entscheidung getroffen, etwas zu beenden oder abzubrechen, aufgrund dessen, dass irgendwas hier auch wieder nicht wirklich weiter wächst. Oder wo man sagt, okay, hier in diese Situation geben wir jetzt nicht mehr Arbeit rein, weil es wächst einfach hier in diese Richtung gerade nicht weiter. Was ich ebenfalls sehen kann, ist hier natürlich an dieser Person dran. Hier ist eine Chance, eine Chance darauf, jetzt in der Zukunft hier in Liebe zu gehen und in Freude zu gehen. Also das sehe ich hier ebenfalls. Aber ich habe auch das Gefühl, irgendwas nagt da. Ich habe das Gefühl, es nagt der Zweifel an dieser Situation oder grundsätzlich einfach, dass du das Thema Verlustängste mit dieser Person gegebenenfalls vielleicht nicht komplett abarbeitest, aber das könnte quasi auch Teil dieses Karmas sein hier. Das Thema, ein karmisches Thema zum Thema Verlust, Verlustängste. Vielleicht, weil sich die Person auch hin und wieder so ein bisschen entzieht, ein bisschen Distanz hier quasi ist. Aber grundsätzlich kann ich sehen, du bewegst dich hier auch mit dieser anderen Person in Richtung Liebe rein. Da ist die Liebe, da ist das Herz. Genau. So, lass mich einmal weiterschauen. Ich gehe hier sehr systematisch vor, dass ich nichts vergesse, denn of course, das Jahr ist natürlich groß. Dementsprechend, klar, wird es andere Aspekte ebenfalls geben in dem Jahr. Deswegen kann ich dir einfach nur empfehlen, auch hier jetzt nochmal, speicher dir diese Legung ab, damit du im Nachhinein nochmal reinschauen kannst. Was sehen wir an dieser Person noch? Ja, da sehen wir die Langfristigkeit, da sehen wir eine gewisse Beständigkeit. Auch der Turm steht für eine gewisse Beständigkeit. Es kann aber sein, dass es hier eine, auch spannend, Also, für manche von euch kann es sein, dass hier noch eine Person liegt, weil wir die Schlange hier haben, von der man sich vielleicht abgrenzt oder zurückzieht. Das ist eine Möglichkeit, dass hier noch eine Verbindung im Außen liegt, von dieser Person zu einer Mutterschwester, Freundin, wo man sich vielleicht von abgrenzen möchte. Eine Möglichkeit. Mit der anderen Möglichkeit habe ich hier aber auch zweimal an dieser Person im Außen dran die Beständigkeit hier. Das Wachstum, vielleicht langsames Wachstum, aber Beständigkeit, Langfristigkeit. Ja, es gibt ein paar Komplikationen hier innerhalb dieser Verbindung, innerhalb dieser Beziehung, welche, sage ich mal, auch hier wieder zu Nervosität und Stress führen, aufgrund dessen, dass man gefühlt beschließt, mit irgendeiner Information oder einem Wissen, was man bekommt, etwas abzubrechen, zu beenden, etwas loszulassen. So, lass mich einmal weiterschauen. Dann haben wir uns auch schon, ja, ich würde sagen, wir haben den Herren jetzt unter die Lupe genommen. Lass uns doch einmal das Herz anschauen. Also eines der wichtigen Hauptelemente, wenn wir uns einmal den Rahmen anschauen deines Jahres, dann spielt die Liebe absolut eine signifikante Rolle. Die Liebe und Herzensangelegenheiten hier. Und auch hier, die Karten wurden gerade schon gedeutet, weil wir sie gedeutet haben auf den Herren, aber ich sehe eine sehr starke Liebe, eine sehr tiefe, innige Liebe. Ich sehe jemand aus der Ferne könnte hier quasi zurückkommen oder man bewegt sich hier grundsätzlich in die Liebe rein oder in diese starke Liebe rein. Das könnte natürlich bedeuten für den einen oder anderen von euch, dass hier eine neue Person ist. Eine neue Person, wo man sich so langfristig, zwar durch so ein paar Sachen durcharbeitet, nicht arbeitet, aber langfristig gesehen hier in die Liebe, in eine sehr starke Verbindung quasi rein bewegt. Wir haben auch hier, und das ist sehr spannend, weil wir das eh schon gerade gesehen haben, was sehen wir noch mit der Herzensangelegenheit? Mit dem, mit dem, sorry, hier ist das Haus des Mondes. Sprich, auch da könnte man sagen, da ist Anerkennung, Wertschätzung, da sind tiefe Emotionen, aber es könnte auch ein bisschen wechselhaft sein hier, ein kleines Auf und Ab. Schauen wir uns hier nochmal an, es gibt eine Veränderung. Hier kommen Informationen, Wissen, Fakten rein. Du lernst etwas dazu, bezogen auf die Liebe. Gleichzeitig können hier Dinge, die du dazu lernst, bezogen auf die Liebe, etwas verändern, bezogen auf diese Liebe oder auf das Thema Liebe und Herzensangelegenheiten. Wir haben das Herz auch noch gespiegelt auf die Vorsicht. In Sachen Herzensangelegenheit bist du gefühlt sehr vorsichtig. Grundsätzlich hast du ein offenes Herz. Ich habe das Gefühl, du hast oft ein offenes Herz gehabt, aber das hat auch zu gewissen Belastungen geführt. Dementsprechend habe ich das Gefühl, dass du vorsichtig in der Liebe bist, dein Herz zu öffnen. Und genau, da haben wir dich dann ebenfalls. Dich wiederum, wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, im Hause des Sages. Ich habe einfach das Gefühl, dass es hier ein paar Energien gibt, das können Energien sein wie Bedauern, Trauer, Reue, niedrig schwingende Energien, in denen du zu einem gewissen Grad auch bist, wo ich aber das Gefühl habe, du bist dabei, das zu transformieren, die unter anderem eben auch zu tun haben mit dem Thema Liebe hier. Anders, wir können das Herz auch für Herzensangelegenheiten sehen und da könnte es eine Herzensangelegenheit geben, mit der du vorsichtig bist, in die Öffentlichkeit zu gehen. Vielleicht überlegst du etwas zu veröffentlichen, in die Öffentlichkeit zu gehen, in irgendeiner Art oder Weise, aber du bist da sehr, sehr vorsichtig bei. Der Fuchs kann ebenfalls für eine Strategie stehen. Also vielleicht bist du vorsichtig und hast das Gefühl, okay, ich muss jetzt hier eine gute Strategie haben. Genau, und das sehen wir hier ebenfalls. Wenn wir uns das hier einmal anschauen, eine überraschende Veränderung sehen wir an dir dran. Das hatten wir gerade schon gedeutet, auch weil das was ist, was zwischen dir ist. Also wir sehen auch noch mal im Jahr 2024 eine überraschende Veränderung, welche vorübergehend gefühlt mit ein bisschen Nervosität und Stress kommt. Was wir hier auch noch mal sehen ist, wie vorherbestimmt und schicksalhaft die Situation mit dieser anderen Person ist. Grundsätzlich sagt man mit den Sternen auch, etwas wird erfolgreich. Also eine Situation mit dieser anderen Person kann hier durchaus erfolgreich werden, steht unter einem guten Stern. Es klärt sich etwas, es klärt sich etwas hier auch überraschend gefühlt. Das haben wir ebenfalls noch mal an dieser anderen Person dran. Ja, ich möchte einmal ein bisschen weiterschauen. Wir haben hier, wenn ich mal deinen Weg gehe, weil wir jetzt eigentlich hier schon alles gedeutet haben, was sich auf dich bezieht, dann sehen wir hier, dass Komplikationen und Umwege zu Nervosität und Stress führen. Aufgrund dessen, dass wir hier sehen, dass vielleicht recht plötzlich eine Entscheidung getroffen wird, aufgrund von Informationen bezüglich eines Stillstandes hier. Das ist eine Zusatzinformation, die ich hier einmal für dich bekomme. Wenn wir jetzt einmal reingehen in das Thema Beruf und Finanzen, dann sehen wir tatsächlich hier im Hause des Berufes, sehen wir einen Neuanfang. Entweder gibt es etwas Neues, was du integrierst, bezogen auf deinen Beruf, oder es gibt einen neuen Beruf oder auf irgendeine Art und Weise einen Neuanfang bezogen auf den Beruf. Hier sehen wir den Turm. Das könnte was sehr Offizielles sein. Das könnte eine Selbstständigkeit sein. Gerade auch, weil der Anker im Hause des Turmes ist. Das könnte ein Alleine-Arbeiten sein, das könnte ein Arbeiten sein in einer Firma, Regierung, Ämter etc. könnten hier irgendwas damit zu tun haben, mit einem Neuanfang, der sich bezieht auf deinen Beruf. Das ist das Erste, was ich reinbekomme. Vielleicht arbeitest du auch alleine. Das wäre auch eine Möglichkeit. Der Turm kann für diese Abgrenzung das Alleine sein, alleine arbeiten stehen. Aber in der Regel ist es oft auch zu sehen, wenn wir den Turm und den Anker haben als Selbstständigkeit. Was neu sein könnte, könnte eine Selbstständigkeit sein oder dass du dich jetzt wirklich unabhängig machen kannst. Wir sehen, es gibt hier ein paar Konflikte bezogen auf den Beruf. Aber wir sehen ebenfalls hier Beruf, Konflikte klären sich, irgendwas wird erfolgreich. Auch grundsätzlich hier einfach so gespiegelt, Beruf und Sterne stehen für Erfolg. Es könnte auch sein, dass du so ein bisschen, wie sagt man das, dass du gesehen wirst, dass du erfolgreich bist. Dass man, wie sagt man, die Celebrities, die Stars, wenn man einen gewissen Ruhm oder eine gewisse Popularität hat. Also das könnte hier ebenfalls liegen, eine gewisse Popularität, ein gewisser Ruhm bezogen auf die Arbeit. Grundsätzlich auch hier die Arbeit steht unter einem guten Stern. Ich habe das Gefühl, da wird einige Dinge geben, die sich auflösen. Vielleicht lernst du noch mal etwas dazu. Es könnte sein, dass du eine Entscheidung triffst, hier dein Wissen weiterzugeben oder allerdings etwas dazu zu lernen. Informationen, Wissen, Fakten, wie gesagt, die hier liegen. Vielleicht hast du damit erstmal einen Konflikt, aber es wird sich recht erfolgreich klären. Was wir ebenfalls sehen, ist hier eine Entscheidung, eine Entscheidung, die mit einem Konflikt kommt. Und jetzt wird es spannend, da haben wir nämlich schon wieder die Sense dran. Also auch beruflicher Natur habe ich das Gefühl, dass wir hier einen Konflikt haben, weil irgendwie entschieden wird, etwas zu kürzen oder etwas abzubrechen. Was wir hier auch sehen, vorübergehend einen Effekt haben wird auf die Finanzen. Dann sehen wir tatsächlich hier auch noch mal, es gibt ein paar Herausforderungen bezogen auf die Finanzen. Ich habe das Gefühl, das ist diese Energie, die wir hier sehen. Gerade die Sense mit der Route und den Finanzen, das sind die Fische hier dran. Hier sehen wir noch Unklarheiten bezogen auf die Stabilität oder die Finanzen. Ich habe das Gefühl, es könnte natürlich auch daran liegen, wenn du eine Weiterbildung machst, vielleicht musst du dafür was bezahlen, sage ich mal. Und diese Entscheidung, die du da triffst, bezogen auf die Weiterbildung, bringt vielleicht einen vorübergehenden Konflikt mit sich, weil vorübergehend erstmal ein paar Finanzen in den Verlust gehen. Grundsätzlich aber mit dem Stern, auch wenn das... Ich habe das Gefühl, grundsätzlich ist es eine recht gute Strategie, hier nochmal was dazu zu lernen. Oder eine Weiterbildung zu machen, dein Wissen zu erweitern. Oder für manche von euch ist das ein Konflikt mit der Buchhaltung, auch das könnte sein. Auch hier grundsätzlich sehe ich aber die Arbeit als erfolgreich an. Es gibt... Und auch das, es fühlt sich als ein vorübergehender Konflikt an. Wir sehen auch hier, witzigerweise, diese Thematik von Stillstand bezieht sich hier, können wir nochmal ein bisschen mehr sehen. Es gibt gefühlt Unklarheiten aufgrund eines Stillstandes oder eines Endes bezogen hier auf den Beruf. Da könnte es zum Beispiel auch sein, dass beruflich etwas gekürzt wird. Vielleicht kürzt du ein paar Stunden und sagst, du möchtest weniger arbeiten. Das wäre eine Möglichkeit hier, wo man natürlich dann erstmal ein bisschen umdisponieren muss. Genau. Es kann sein, dass du von zu Hause aus arbeitest. Was ich ganz spannend finde, ist, vielleicht haben manche von euch von zu Hause aus gearbeitet und sagen jetzt, nee, ich gehe jetzt wieder in die Aktion, ich gehe jetzt wieder raus. Und gerade wie die Karten hier liegen, in welcher Reihenfolge irgendwas stagniert. Vielleicht zum Thema zu Hause arbeiten, sodass du sagst, okay, Aktion, ich bewege mich jetzt wieder raus aus meinem Haus. Auch habe ich das Gefühl, dass es sein kann, dass du beruflich raus aus deiner Komfortzone gehst. Das wäre ebenfalls möglich. Die Finanzen grundsätzlich, sagte ich gerade, haben wir ja so ein paar Aspekte, wo wir vorübergehend ein paar Konflikte haben. Aber ich sehe auch, die Finanzen stabilisieren sich grundsätzlich. Vielleicht kriegst du hier finanzielle Hilfe und Unterstützung bezogen auch vielleicht vom Staat, von dem Amt. Das wäre eine Möglichkeit. Ich habe das Gefühl, du bist dabei, du gehst in diesem Jahr in die Aktion, deine Finanzen ein bisschen mehr abzusichern. Da gibt es vielleicht so ein paar Komplikationen und Umwege. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, gehst du, wie gesagt, in die Aktion, deine Finanzen ein bisschen mehr abzusichern. Gegebenenfalls kriegst du damit auch Hilfe und Unterstützung, während du dabei bist, deine Finanzen abzusichern. Dann sehen wir hier zentral auch nochmal hier sehr, sehr spannend. Die Sense steht ja auch für etwas, was recht plötzlich kommt. Und da kann es tatsächlich sein, dass wir hier recht plötzlich langfristige Hilfe und Unterstützung haben, bezogen auf die Finanzen. Oder recht plötzlich wird hier vielleicht was genehmigt. Das muss nicht immer beruflich sein. Das kann auch eine andere Situation sein, die Finanzen mit einbezieht. Aber es kann sein, dass hier recht plötzlich dann was genehmigt wird und du Hilfe und Unterstützung bekommst, finanziell gesehen. Also von daher auch wieder ein sehr schöner Aspekt, der mir sagt, die Finanzen stabilisieren sich dann auch wieder ein bisschen. Lass mich nochmal weiterschauen. Ich habe das Gefühl, wenn ich nochmal in das erweiterte Umfeld dieser Karten schaue, dass viele Thematiken, okay, ich kriege noch ein paar Zusatzbotschaften für dich rein. Zum einen das Thema Selbstwert. Du hast das Thema Verlust, Verlustängste, Verlust der Stabilität, Verlust der Sicherheit. Das ist gefühlt ein Thema, wo du dich persönlich durcharbeitest, wobei ich das Gefühl habe, wenn du an deinem Selbstwert arbeitest, dann wird sich das Thema, dann wird sich das in alle Bereiche deines Lebens verbessern. Ich habe das Gefühl ein, hier liegt ein Karma oder eine Belastung auch auf dem Thema Stabilität oder das Thema Arbeiten. Auch da sehe ich, das wird sich größtenteils auflösen, gegebenenfalls durch offizielle Hilfe und Unterstützung, die du bekommst oder über die Selbstständigkeit. Eine Strategie, hier sehe ich ebenfalls beruflicher Natur oder finanzieller Natur. Ich denke, das ist sehr, sehr hilfreich, eine Strategie zu haben, um etwas erfolgreich zu machen. Wenn du selber keine Strategie hast, dann hol dir offizielle Hilfe und Unterstützung, wie du jetzt deinen Beruf oder deine Finanzen absichern kannst oder langfristig erfolgreich machst. Dafür stehen die Sterne grundsätzlich hier recht gut. Ja, ich schaue nochmal ein bisschen weiter. Ja, mit Sicherheit kommt hier der Erfolg. Du hast hier eine neue Chance und auch das Thema neues Geld, eine Verbesserung auf Geld, eine Verbesserung auf Finanzen. Ich sehe, dass das Kummer und Sorgen bezogen auf das Thema Finanzen, wo du dich durcharbeiten wirst, das wird aber in den Hintergrund rücken, im Sinne von, das wirst du bearbeiten können, weil wir hier das Thema Sicherheit haben, Sicherheit, Erfolg finanziell, gegebenenfalls durch eine neue Chance oder auch durch diesen Neuanfang innerhalb der Arbeit auf gewisse Art und Weise. So, ihr Lieben, das war Teil 1. Jetzt schauen wir uns die einzelnen Monate an. Dafür ziehe ich einige Orakelkarten und Tarotkarten und gehe jetzt wirklich in alle zwölf Monate nochmal ins Detail. Wenn du mir folgen magst, dann kannst du das machen auf Vimeo oder Patreon. Unter diesem Video findest du die beiden Links. Und dann starte ich jetzt mit deiner Erweiterung und freue mich, dich gleich wiederzusehen in den einzelnen Monaten des Jahres 2024. Hallo, liebe Schütze und herzlich willkommen zurück zu Teil 2 deiner Legung, in der wir uns jetzt in die Tiefe begeben für die Monate des Jahres 2024. Ja, dies ist wirklich eine meiner Lieblingslegungen, auf die ich mich immer schon das ganze Jahr freue, weil dies Legungen sind, die man sich dann wirklich auch das ganze Jahr immer nochmal wieder anschaut. Wir gehen als erstes, ihr kennt es hier bereits, diejenigen, die schon länger auf dem Kanal sind, Wir gehen als erstes rein und ziehen die Karten für die einzelnen Monate. So. Für den Schützen, da kriege ich einen Stopp rein. So, dann lassen wir uns einmal die Mondkarten noch mischen und dann gehen wir als erstes in die Orakelkarten. Die Botschaften für die Schützen für das Jahr 2024. Okay, Januar, es wird sich nichts ergeben. Uh, da haben wir ein bisschen Stillstandenergie, kann aber auch eine gute Karte sein. Kommt gleich drauf an, was wir hier noch zusätzlich haben. Dann haben wir Februar, Glaube an das Unmögliche. Oh, Halleluja, gewaltige Veränderungen im März. Im April, Befreie dich von Negativität. Dann haben wir eine neue romantische Phase. Habe ich es nicht gesagt. Wir haben hier absolut für die Schützen einen Neuanfang in der Liebe. Du bewegst dich in Richtung Liebe und Freude. Dann noch ein Neuanfang hier. Geh durch deine Ängste durch. Ah. Dann mach den ersten Schritt im Juli, im August. Lass dich nicht von Vergangenem bremsen. Meditiere und denke nach im September. Oktober, das Ziel ist fast erreicht. Dann haben wir Zeige dein wahres Ich. Und was haben wir hier noch? Überwinde deinen Stolz. Na, schauen wir mal, wer hier seinen Stolz überwinden muss. So, das ist die erste Reihe. Dann gehe ich jetzt einmal rein. Ziehe Zusatzbotschaften mit den Energieportale Aktivierungskarten. Ich glaube, die sind neu. Die habe ich letztes Jahr nicht genommen. Aber lass uns mal schauen. Es wird sich nichts ergeben, haben wir hier gekoppelt mit einer ganz starken Ich-Bin-Präsenz. Lichtkörperaktivierung im Januar. Zugang zum Göttlichen im Inneren. Glaube an das Unmögliche ist verbunden mit dem Erdinneren, mit dem Wurzelschakra. Stärke, Sicherheit, Fundamente legen. War auch etwas, was ich krass reinbekommen habe für dich grundsätzlich als Thema. Das Thema Stabilität und Sicherheit kommt hier also direkt nochmal bereits Anfang des Jahres. Wow. Leute, was geht im März? Wir haben eine gewaltige Veränderung und das Sonnenzentrum. Downloads der Fülle, Regeneration und Erfolg. Du bist absolut dabei, dein Thema zu lösen, habe ich das Gefühl, zum Thema Fülle, welches wiederum über deinen Selbstwert geht. Dann haben wir hier, wir machen es mal ein bisschen so, dann können wir ein bisschen die Quartale, so ein bisschen mehr voneinander unterscheiden, würde ich sagen. Befreie dich von Negativität ist in Kombination mit den aktorianischen Lichtcodes im April. Da haben wir evolutionäre Downloads, Kräfte bewusst machen und Zukunftsdenken. Dann haben wir im Mai heiliger innerer Raum. Sakral, oh halleluja, ey, rast dich aus. Sakralchakra, was geht denn? Zärtlichkeit, Sinnlichkeit in Kombination mit einer neuen romantischen Phase und danach direkt die höhere Herzaktivierung. Aber du arbeitest dich durch Ängste. Ich glaube, für sehr, sehr viele kommt hier eine neue Phase in der Liebe, wenn es eine neue Person ist. Wie ich schon sagte, auch im Lendermor wird es hier nochmal Ängste antriggern. Deckung fallen lassen, göttliche Liebe, dein Herz ist geheilt. Wow, mega. Och, gehen wir mal in die zweite Hälfte. So, dann haben wir hier, mach den ersten Schritt. Ich ziehe im Übrigen natürlich gleich zu jedem Monat noch mehrere Karten aus dem Tarot. Deswegen liegt es hier auch schon. Wir gehen aber erstmal durch die Karten durch und auch auf diese Karten gehe ich dann gleich zusätzlich nochmal tiefer ein. Sternenversammlung. Die Sterne stehen günstig. Erinnerung an Zuhause, Seelenfamilie. Mach den ersten Schritt. Das ist das, was ich gesagt habe. Du hast ein sehr schicksalhaftes Jahr hier. Ich habe auch das Gefühl, wenn wir uns das Lendermor noch mal anschauen, dass du mit deiner Vergangenheit aufräumst, weil du ganz rechts stehst. Das heißt, eigentlich bist du, ist das, ich habe das Gefühl, in diesem Jahr kommen nochmal vergangene Themen hoch, um geheilt zu werden. Aber die Sterne stehen günstig, um jetzt an einigen Thematiken wirklich zu arbeiten. Lass dich nicht von Vergangenen bremsen. Ist hier im September, im August, sorry, verbunden mit der Aufgabe am Scheideweg. Kein Weg ist falsch. Auch sehr schön.